Willkommen im Kopfwehzentrum Hirschlanden Zürich. Mit der systematischen Abklärung ihrer Kopfschmerzen legen wir den Grundstein für eine individuelle und erfolgreiche Behandlung. Seit der Gründung unseres medizinischen Zentrums im Jahr 2002 behandeln wir unsere Patienten nach den neuesten Methoden. Neben ambulanten Behandlungen bieten wir auch stationäre in der Klinik Hirschlanden an. Bei uns werden sie ernst genommen. Migräne und Kopfschmerzen haben mit der gesamten Lebenssituation von Patienten zu tun. Wir behandeln die ganze Person individuell. Seit Frühjahr 2010 haben wir auch ein Jobcoaching im Programm. Damit setzen wir uns speziell mit der beruflichen Situation von Kopfschmerzleitenden auseinander. International gehören wir an die Spitze, haben ein weitreichendes Netzwerk und ein umfassendes Therapieangebot. In unserem internen Forschungszentrum führen wir laufend Studien zu Migräne-Medikamenten und anderen Behandlungen durch. Für Fussballer vertreiben wir den speziell entwickelten Kopfschutz Wir geben nie auf. Ganz egal, wie aussichtslos die Situation zu sein scheint. Auch steht jedermann die Notfallstation der Klinik Hirschlanden 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Kopfweh Zentrum Hirschlanden – auf ein Leben ohne Kopfschmerzen 근데 ich hatte lernen können, die gibt, wird es vielmehr umfassenden Kopfschmerzen zu auf den Hauptschmerzen verkauzen. bilik conoce... ... ... ... ... Vielen Dank.